Ihr etwas beizubringen, das wird ihm nie gelingen, sie lässt sich niemals zwingen, als Katze tanft man nicht. Ja! Wenn der Witz gut war, dann klatschen sie mal jetzt, wenn ich so mach. Jetzt! Und die Küche proben, wenn er jetzt nicht so gut war, dann klatschen sie mal jetzt. Tango ist ganz sicher ein katholischer Tanz, weil da braucht man so geschmierte Knie vom Bäder, so Nuff und Nunner, ich mit meinem protestantischen Knie, ich komm gar nicht zu meinen Knie. Irgendwo auf der Welt tanzt immer einer Tango. Hier spielt der Tango und er spielt gerne mit den Gefühlen, doch nur von selten. Das ist ein katholischer Tanz. 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 Das ist ein katholischer Tanz.